Und Jesus wurde zwischen zwei Verbrechern ans Kreuz geschlagen, in Erfüllung der jahrhundertealten Prophezeiung der Propheten Gottes. Das Gewand hat kein gewöhnlicher Mystiker getragen. Hey, lass los! Keiß es doch nicht! Wisst ihr was? Wir würfeln drum! Ach, hast du ein Glück! Jetzt hast du's gewonnen! Was machst du damit?